saß da einfach so einfach so das ganze video und da hat Speed irgendwann war der erste to move da ja aber ich war, also Ibra fand sich halt witzig aber die wieder ich verstehe ich verstehe die also weiß ich nicht er so 5 minuten lang Ibra hat kein Wort gesagt sich nicht bewegt wahrscheinlich innerlich auch gedacht worauf hab ich mich hier eingelassen ich check's nicht ich check's nicht bro ne aber ja aber ja aber ja oh lol what the fuck wo haben wir G's ich weiß jetzt yo 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 da sind wir jetzt das ist die Parallele wo wir gerade sind hu ne ne n tekluice es ist leon my girl ja mach machen wir denn daien here rübercon und hier die brückeen der counter und mitm greif haken rum mit unserem gleich lad Können wir jetzt schon, die Omas müssen als erstes weg, Chat. Minus 1 Moon, Chat. Minus 1 Moon. Ey, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, Chat, ähm, mein... Ey, ey, das sah so Combat-like aus, ich weiß. Ich würde sagen, wir machen kurz Pull-Up-Häuschen, drei Minuten, ähm, und dann fünf Minuten. Ich gehe auch noch was zu trinken holen, Chat, Karaffen ist leer, ähm, so machen wir das, all right? Drei Minuten, wir machen gleich weiter. Und nun wird das eh eine Katze sein, oder, Chat? Poli wird dann eine Katze. Willkommen zurück. Oh, Schef. Wer sagt schon, wo ist der Leck? Ich muss so kurz, wenn ich die Katze helfen. ich werde jetzt was sagen und dann bist du wieder sagen macht ja kein was ich sage ich hatte ja ja es ist unnötig ich werde nicht umsteigen auf dem xlr ich ich habe überlegt so ein ding zu holen so ein media controller so ein audio controller slash streamdeck slash music controller slash audio interface so was ich nennen möchte ich denke das macht mehr sinn tatsächlich mein system so wie es gerade ist er darüber zu scheuer macht glaube ich mehr sinn also ach so war das jetzt komplett aus dem kontext ich hatte das elgato geschickt gehabt und meinte jo ich will auf xlr umsteigen aber da braucht das ding wieder ein interface zum reden da muss ich wieder an prinzipien wieder all das zeugs ja ich mache das nicht ich steige nicht um ne ne aber ist glaube ich auch toll denke ich auch denke ich auch ach so du meinst den der herkules ich weiß ey das ist troll aber es ist so fancy schmancy junger mit dem ich weiß es ist troll ey fuck ich werde auch nicht holen scheiß drauf nein den controller macht sinn ach so möglich das ist einfach nur troll das ist okay oder was macht ihr für tatsan moves das ist keine liane alter jetzt geht drauf und kill den du doch und die lobo und die lobo haben uns noch gefehlt hat es war ist bei der man close to a bang statt fahrt vom jungen das juckt ihn immer noch nicht da dessen parasit ist können wir mit der flashbang auch was anrichten stimmt nicht ist ein anderer parasit ist eine andere art ja aber da sind wir da sind wir an dem punkt wo wir vorhin noch über die kleine scheune das haute ich wollte schon sagen das haut nur mit einem mit weg ja aber da sind wir wieder bei dem punkt wo wir mal erwarten wir haben 200 mp schuss wird doch sicherlich reichen ja ich weiß nicht das ist immer gerade wo wir alle 200 schusslos sind und ist und sich nichts getan hat machen wir irgendwas falsch du brett brett dem boitel meine güte ja also das war's mit unserem 200 schuss What provide you